Also so retarded, ne? Was? Da kommt ein bisschen den Hammer und haut uns drüber. Richtig gut, ey. So, was haben wir? Zwei ranged. Nope. Aber ich kann die gar nicht damagen mit der Fähigkeit, das ist nur ein Heal für uns. Hä? Ne, die kannst du nicht. Oh, guck mal, ich hab die zwei petrified, Alter. Ja, sehr schön. Oh, ich hab die alle eignetet, aber war richtig geil. Ich hab nur Ult hier, aber das ist so ein Ansturm. Einer dead? Och komm, jetzt hab ich nicht getroffen. Komm komm, haut sie um. Oh. Sehr schön, das lief. Ich spring grad. Was mir sogar geheilt noch? Ey, dieses petrified, das hat echt GG gemacht, wa? Ja, das ist richtig stark. Petrified macht halt, dass die kriegen halt ein Schild und sind aber gestunnt dafür. Also, in dem Spiel ist nicht jeder Supporter zwangsläufig ein Heiler. Das kann halt auch einfach ein Disruptor für den Gegner sein. Das ist echt lacke, dass die beiden getroffen haben. Hm? Dieses bin ich eben nicht explodieren können. Aber ich hab zwei Ultis, ne? Einmal diesen Prismatic Strike. R und R. Ja, R ist keine Ulti. R ist nur ne starke Fähigkeit. Ah, und die lade ich halt auch mit hinten, ne? Ja. Also, R verbraucht halt einen Balken und F alles vier. Guck mal, direkt mal ein bisschen Stress machen. Ich bin alleine, what the fuck? Ja, hier unten ist noch einer. Äh. Oh fuck, bin ich genau reingedumpt. Der mach ich nicht. Darf ihr den? Ich beschäftige den hier ein bisschen. Boah, bin ich dumm. Gut, dass ihr die Ulti nicht gesehen habt, ey. Ja, ich hab sie nicht gesehen. Guck mal, dafür hab ich zwei gekillt. Ja, unten ist der letzte? Ja, ich hab nur einen. Wir haben nur einen Gegner. Was? Da ist noch einer? Ja. Wo denn? Irgendwo hier unten. Keine Web oder so? Nee. Sag. Nur hören. Du hast nur Line Upside und dein Team-Mates geben dir auch keinen Line Upside. Ja, das ist voll dumm. Das hat mich grad voll aufgeregt. Du rennst zu so ne Wand, ich wollte dich heilen, oftmal seh ich dich nicht mehr. Aber du kannst überwenden deine Skillshots trotzdem machen. Jaja, das ist schon klar. Aber wenn du nicht siehst, bringt dir das wenig. Ja, gebe ich dir recht, aber das ist halt ein Spiel. So gewöhnt man sich aber, finde ich, trauen nach relativ kurzer Zeit. Mhm. Es ist nur ungerollt. Was ist denn jetzt mein Cue? Kommt über die nächsten Mal an einer Art Rögen an Ort und... Also ich gehe in so Starses, wenn ich so... Ja, du bleibst kurz stehen und dann jemand auf dich schießen. Oh ja, gut gefressen. Oh, nicht gut. E.O. Mach eine Feuerwand hin. Oh, hilf, 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 hilf. Oh, jetzt habe ich ihn genutzt. Jetzt habe ich ihn genutzt. Oh, komm, Charme. Ich glaube, die kriegst du doch. Was, sind alle beide schon tot? Ne, Martin ist da auch noch da. Easy Marvin, das machst du. Ah, oh, das war close, das war close. Oh, Jesus Christ, war das geil. Oh, nice. Unsichtbar gekillt. Boah, das war jetzt echt krass. Marvin, deine Ulti war Bro. Ja. Die Ulti ist richtig stark. Ich war useless, aber... Besonders wenn ihr das hier schon an der Reihe aufstellt, ist einfach so zack durch. Ja. Guck mal, haben wir die doch zerrissen, weil die bad sind. Ja, das lief. Die Runde lief besser. ...